Andis Schuhreparatur in Traun. Traditionshandwerk seit 75 Jahren. Ich bin Andrea Schenkenfelder mit meiner Gattin, die Türi Schenkenfelder. Und wir sind seit 16 Jahren da in Traun, in der Schuhstucherei, Andis Schuhreparatur. Wir fertigen alles rund ums Leder an, richten Schuhe her. Wir machen auch Reitsachen praktisch, Reifverschlüsse. In Handarbeit werden hier Schuhe repariert, maßgefertigt und gepflegt. Seit 1988 lässt der gelernte Schuhmacher sein Fachwissen und seine Erfahrung in seine Arbeit einfließen. Zusammen mit seiner Frau führt er sein Unternehmen erfolgreich in der nunmehr dritten Generation im Herzen von Traun. Wir fertigen einen Schlüssel an. Also wenn man einen Schlüssel bringt, dann wird er angefertigt praktisch. Im Grunde genommen kann man auch einen bestellen, aber wir fertigen meistens selber an. Das Leistungsspektrum umfasst weiters die Reparatur von Absätzen allerhand Ledermaterialien sowie Näh- und Klebearbeit. Ein komplementäres Sortiment an Pflegemitteln und der hauseigene Schlüsselservice runden das Angebot des Traditionsunternehmens ab. Wir freuen uns sehr auf einen Besuch von Ihnen in an die Reparatur. Welt 건강 Palestine jetzt kommt, dann rein auf die Reparatur. Mittel